Christstollen oder Stollenschuhe? Christstollen. Punsch oder Feuerzangenbowl? Feuerzangenbowle, klar. Was ist das? Hallo liebe Fans, willkommen zum Weihnachtsspecial, heute mit Robert Andrich. Ich stelle ein paar Fragen und der Robert packt dabei ein paar Geschenke ein. Hast du Bock? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ob die Geschenke gut aussehen, ist die andere Sache. Lichterkette oder Viererkette? Lichterkette. Lametta oder Kugeln? Kugeln. Schwarze oder rote Kugeln? Rote Kugeln. Adventskranz oder Weihnachtsbaum? Weihnachtsbaum. Rote oder Mistelzweig? Mistelzweig. Küssen oder geküsst werden? Geküsst werden. Romantische hier. Schmücken oder drücken? Drücken. Christstollen oder Stollenschuhe? Christstollen. Punsch oder Feuerzangenbowl? Feuerzangenbowle, klar. Was ist das? Ja, ist ein Glühwein mit Zunder, würde ich jetzt mal sagen. Kevin allein zu Hause oder der Grinch? Kevin allein zu Hause. Ganz klar. Ugly Sweater oder Mr. Nice Guy? Mr. Nice Guy. Jubelstürme oder himmlische Ruhe? Jubelstürme. Stille Nacht oder Lass Tanzen? Ganz klar, Lass Tanzen. Brust oder Keule? Keule. Dominosteine oder Spekulatius? Spekulatius. Gebrannte Mandeln oder Lebkuchen? Boah. Lebkuchen. Bratapfel oder Mandarinen? Mandarinen. Hüftgold oder Silberware? Hüftgold. Sauber auspacken oder Papiere oder Papier zerreißen? Papier zerreißen. Vor der Bescherung in die Kirche oder Flo Wirz anrufen? Da ich nicht in die Kirche gehe, Flo Wirz anrufen. Dankeschön. Schnee zu Hause oder Sonne woanders? Boah. Schnee zu Hause. Wunschzettel oder wunschlos glücklich? Wunschlos glücklich. Ja, das war's. Ich hoffe euch haben die Fragen ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Wie sind deine Geschenke so gelaufen? Also das erste war wunderbar, würde ich jetzt mal sagen. Das zweite... Kannst du noch ein bisschen weitermachen gleich? Ist auf einem guten Weg, werde ich auf jeden Fall noch fertig machen. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. Ja, alles klar. Dann frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr rein. Ciao.